Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die Tagesanalyse für nun Freitag, den 17. Dezember 2021. Wahrscheinlich auch den letzten richtig spannenden Handelstag im Jahr. Muss man ja so sagen. Nächste Woche ist dann die klassische Weihnachtswoche, danach ist die Jahreswechselwoche. Also das sind so die typischen Wochen, wo dann jetzt eigentlich alle dann auch anfangen ihren Urlaub schon zu nehmen. Feiertagsurlaub. Und jetzt einfach dann in der Regel ruhiger wird am Parkett. Es gibt da manchmal Ausnahmen. Im Mai wird der Markt sogar noch mal ein bisschen positiver, ruhiger, ruhiger und arbeitet Stück für Stück wieder hoch. Deswegen gucken wir mal, was er zum Freitag noch mal draus macht. Wir hatten auch schon ein Jahr, da hat er im Dezember richtig runterrasiert. Das war mal 2018. Zu Trump-Zeiten noch kann ich mich noch gut daran erinnern. Da ist der Markt richtig eskaliert. Da gab es in China Probleme, Schwierigkeiten. Da sind die chinesischen Aktien, die sind weggebrochen wie Scheiße. Und der ganze Markt ist hinterher gepurzelt. Und dann hat Trump, glaube ich, am 25.12. oder am 26.12. war das, der hat ja gesagt, das ist der perfekte Moment eigentlich, um zu kaufen. Es hat auf Twitter geschrieben gehabt damals. Und da ist der Markt wie ein doofer nach oben gerannt. Auf Deutschland konnte man gar nicht handeln, weil ja bei uns noch Feiertag war, bei den Amerikanern nicht. Und dann gab es da riesenlange Kerzen. Und dann ging es nur noch hoch, monatelang von dort aus. Also, ja, das vielleicht so zur Erwartung der nächsten Tage. Die EZB, gestern die Fed, die hat hier unsere Säcke alle auf dem LKW hochgedrückt. Die EZB hat sie wieder runtergeholt. Wir hatten ein bisschen drüber schon gesprochen, hatten gesagt, naja, man muss da ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich, ja, wenn er aufwärtsskap macht, kann er sich oben rausdrücken, kann in die 7.50, 7.80 rein. Wenn er dann drüber geht, kann er rein in die 8.30, kann in die 9.25. Man sollte eben bloß aufpassen, wenn er anfängt, rote Stundenkerzen zu spucken, deutlichere Stundenkerzen zu spucken, weil er dann eben einfach zu komisch gestartet ist hier. Hat man gesagt, er ist zu komisch gestartet und deswegen wird es ihm leicht fallen, wenn er dann anfängt zu kontern, also wenn er in den Konter eingeht, dass er dann halt auch wirklich richtig runtergetreten wird. Das ist jetzt hinten raus dann auch eingetreten. Die Kerze ist hier noch ein bisschen übermotiviert aus meiner Kostindikation heraus, hier von der Xetra-Bürse. Das dürfte nicht bei allen so aussehen, dass der auch wirklich im Tief da unter 500 sogar noch drunter war. Die meisten dürften ihren DAX so im Tief bei 5.30 gehabt haben. Das war jetzt einfach hier eine Kerze auf dem X-DAX, aber es wird von der Xetra so gestellt, also kann man jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie eine Schießbuden-Indikation gewesen hier. Und ja, also, Punkt. DAX hat es nicht gehalten, ist zu komisch einfach hier gestartet, hat hier keine gute Stabilität gehabt, keinen guten Fuß drin gehabt und hat quasi jetzt eigentlich seine Chance, könnte man schon sagen, verbaut. Was man aber machen sollte, ist auf jeden Fall sich jetzt hier eine Trendlinie drüber zu ziehen und sich da auch ein Limits hinzusetzen, einen Alarm drüber zu legen. Geht der Markt da wieder drüber, ja, geht der Markt hier wieder drüber und bricht dann hier aus. Das ist dann wirklich Short zurückbauen, Short zurückstellen, Short zurückbauen und Long suchen. Also ganz klar, da kann man sich ruhig den Alarm mit einer kleinen Textnotiz reinlegen und sagen, also wenn der Markt da drüber geht, dann versuche ich hier eben mit reinzugehen. Das bleibt jetzt weiterhin gültig, was wir auch gestern erzählt haben. Das bleibt dann weiter so gültig. Also der kann hier drüber durchaus losrennen, muss halt den Start mal ein bisschen, also die Bewegungswelle einfach ein bisschen anders aufbauen. Das war zu anfällig. Wir haben es ja gestern gesagt, wir haben es ja die ganze Zeit immer wieder gesagt, es ist zu anfällig aus einer Korrektur raus versuchen, einen Impuls zu stellen. Das ist zu anfällig. Wenn dann da fette rote Kerzen nach unten, dann kommt da immer noch so viel hinterher und das hat er hier perfekt ausgespielt. So zum Freitag will ich jetzt so gar nicht, so weiß ich gar nicht, was ich so richtig mit ihm machen soll. Also man könnte hier versuchen, vielleicht auf die Richtung ein bisschen sich eine Orientierung zu holen, dass man sagt, okay, also wenn er runter geht, kann er grundsätzlich hier auch noch bis in den Bereich um 3,50 runter, also 4,10 noch machen, das Cap zu und dann ein bisschen tiefer vielleicht auch auf die 3,50. Könnte man jetzt sagen, okay, dann setzen wir halt noch so ein Ding hier hin. Ja, dass man wirklich sagt, okay, also wenn er es nochmal machen will, dann soll er es nochmal machen. Das würde ich vielleicht so mit ansetzen. Also sagt, okay, alle guten Dinge sind drei. Oder wir warten halt einfach bis er oben ausbricht. So richtig Motivation habe ich nicht mit ihm zu arbeiten hier innen drin. Also so nach dem Motto, weiß ich nicht, über 600, muss man jetzt hier massiv long, weiß nicht, würde ich nicht machen. Ich würde mir wirklich die Kanten hier angucken, dazwischen vielleicht mit Oszillatoren arbeiten, weil wir sind halt wirklich jetzt in diesem Kochdruckmuster erstmal noch geblieben. Neues Tief sollte man sich sehr genau angucken. Wird das sehr dynamisch hochgezogen? Bleibt das eigentlich bei der gleichen Analyse, wie man es vor ein paar Taggen hat? Wird so ein neues Tief sehr dynamisch hochgezogen? Kann er das nochmal richtig, richtig nach oben prügeln? Bricht er aber unten raus? Dann wird es nach unten halt irgendwann immer tiefer. Sind wir auch unter der 200-Tage-Linie dann? Also da bin ich nicht mehr ganz so motiviert dann auf der Long-Seite. Motivierter auf der Long-Seite wäre ich, wenn er oben rausgeht, wenn er sich jetzt hier nach oben krabbelt und jetzt auch nach dem Verfall halt, wenn es dann auf Weihnachten die ruhigen Tage, wenn die Volatilität wieder nachlässt und so weiter und er geht hier oben raus, also dann macht er hier Tag für Tag vielleicht plus 50, 60 Punkte pro Tag, aber steigt dann wahrscheinlich hier einfach durch. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und unten, wie gesagt, solange er da jetzt oben nicht rausgeht und weiter liefert, planen wir mal ein, dass er ruhig ein bisschen noch zurückkommen kann, auch 4,10 noch sehen kann, dieses Gap hier einfach zumachen, vielleicht auch noch in die 3,50 da rein, das wird an sich ganz gut passen. Und fertig ist, ja, mehr würde ich jetzt hier gar nicht rangehen. Verfallstag ist, weil das ein bisschen im Hinterkopf das da rumpeln kann, haben wir ja die letzten Monate immer mal wieder gesehen und mehr kann ich gar nicht mitgeben. Also ich würde von daher jetzt erstmal, der Donnerstag hat mir ganz gut einen Split gespielt, für den Freitag habe ich gar nicht so eine richtige Meinung, dass ich sage, okay, der muss jetzt Long oder Short, weil das ist mir jetzt deutlich neutralisiert, einfach, ne. Er hat eine gute Chance gehabt, da oben rauszubrechen, ich hätte er nicht wahrgenommen, hat das ausgekontert, die nächste Chance kriegt er erst wieder hier oben und, oder hier unten. und dazwischen rechne ich jetzt mit Rangehandel, ja, der vielleicht sogar dann die ganze nächste Woche auch anhalten kann, wenn er oben nicht rausgetragen wird, ne, dass das dann seine Zone wird. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal, wie er, wie er zum Freitag rausgeht. Ja, kann das nicht anders sagen, also so richtig, richtig Motivation hätte ich aus der Situation nicht hier für, für, für keine der beiden Seiten, ähm, und wird einfach die Kanten, die Kanten angucken. Und wenn er, wenn er das Trash zeigt, wenn er unten rausgleitet, 14,350 und oben die Kante da. Na, also Punkt. Punkt, aus, Ende, so machen wir das, gucken uns den dann am Sonntagabend wieder an, für den, für den Montag, wenn wir dann auch, ähm, den Verfall gesehen haben, wie der Verfall abgerechnet hat. Und, äh, haben aber ein bisschen im Hinterkopf, dass die Volatilität auch wirklich abnehmen kann. Zum Freitag würde ich noch nicht sagen, dass es ruhig werden muss, weil dafür gab es zu viele Verfallstermine, die halt richtig, richtig reingekrätscht haben, die letzten, letzten Monate, da, da, da sollte man schon ein bisschen noch Risiko einkalkulieren. Aber ja, ja, er hat sich zum Donnerstag ausgekontert, hat eine super Chance nach oben gehabt, die hat er ausgekontert und das nimmt halt einfach hier Druck. Das nimmt einen Druck oben, das nimmt einen Druck unten und Punkt. Punkt, aus, Ende, ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal, äh, und noch einen guten Freitag. Und, wie gesagt, ich würde fast eher sogar ein bisschen Range einkalkulieren. Leichte Seitwärts-Abwärts-Tendenz, vielleicht könnte man so was sagen, ja. Gut, alles klar, dann viel Erfolg und bis morgen. Tschüss.